Vielen Dank für das nette Abendessen. Danke für das schöne Essen. Well, you're welcome to eat my food anytime. Sie können mein Essen gerne jederzeit essen. Du kannst jederzeit von meinem Essen essen. We're running out of time. Uns läuft die Zeit davon. Uns läuft die Zeit davon. Ja, wir müssen früh nach Hause gehen und schlafen. Ja, wir müssen früh nach Hause gehen und schlafen. Warum sind Sie gestern nicht zu mir gekommen? Warum bist du gestern nicht gekommen, um mich zu treffen? Ich bin zu meiner anderen Freundin gegangen. Ich bin zu meiner anderen Freundin gegangen. They were dumplings, not eyelids. Es waren Knödel, keine Augenlider. Ah, and here I was thinking, when did eyelids become so tasty? Ah, und ich dachte schon, wann sind Augenlider so lecker geworden? Ah, und ich dachte schon, wann sind Augenlider so lecker geworden? Why do we need another driver? Warum brauchen wir einen anderen Fahrer? Warum brauchen wir noch einen Fahrer? Because he won't do it. Weil er es nicht tun wird. 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 Aber er ist nicht tun wird. Weil er das jetzt tun wird.